Wer will eure Wettmeister, Kersi oder Birgner? Die Antwort jetzt hier in Halle! Kersi oder Birgner! 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 Eine Frau möchte ich mir jetzt noch vorstellen, Sie haben sich den ganzen Abend übergehört. Eine fantastische Künstlerin, eine grandiose Gospelsängerin. Sie kommt aus Hamburg, sie war letztes Jahr schon da und ich freue mich, dass sie auch dieses Jahr wieder nach Halle gekommen ist. Ich bitte mal einen Riesenapplaus für Jasmin Reeves! Goldbox! Renk 2 zur zweiten Runde, Round 2! Goldbox! 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 Und hier... Händen! Goldbox! Das war ein Problem. Maximo Stolz! Lovia! 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 Maximo Stolz! Zumachen Paulus! Lovia! Sehr Vent! Lovia! Lovia! Kol mida! Der Oma ist endlich schon groß. Jawoll! Max, hänger stehen, hänger stehen, hänger stehen, hänger. Jawoll! Schön bewegen, Max. Der Oma ist endlich mit Feuer und holen. Jawoll! Schön! Jawoll! Ein Freitling noch, Max. Ein Freitling. Stolzner Max. Die lassen sich einmal hinterher, Max. Die lassen sich einmal hinterher. Sehr schön! Die lassen sich einmal hinterher. Erester Maxidska. War, Iica! IMAEN! And archiviert! Die lassen sich nicht nachher, die als Alphaợi derechos ist, die als die Americanik数. Então, she weiß leider nicht. Ja, weil du den deutschen Gramm hast. Kaffee, Kult! Schöne für uns, jawohl! 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 Kostig, Max! Mach's selber, Mann! Mach's selber, Mann! Jawohl! Mach's eng noch stehen! Engel, Engel! Komm, komm mal rein! Jawohl! Jawohl! Wollt ihr mich verwecken? Schöne, Mann! Schöne, Mann! Schöne, Mann! Schöne, Mann! Schöne, Mann! Kult! Kult! In der zweiten Runde! Applaus 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 Ja, die Jungs und Mädels sind schon wirklich positiv verrückt. Manche sogar so verrückt, dass sie selbst ihren Geburtstag opfern, um heute dabei zu sein. Und ich kann nur sagen, Happy Birthday aus der unsern DJ Matthias Betke Applaus 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 Rück! Genau das ist es, Max! Genau das! Fünf! Dreibschlossner, Ellbogen! Jawohl! Dreibschlossner! Rück! Rück! Wieder Ruhe! Fünf! Auf der Ruhrsecke. Jawohl! Jawohl! Oder siehst du ihn nachher? Dreibschlossner, Max! Jawohl! 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 Wer hat er notlicht, Max? Ich klinge nicht so tief weg, ich klinge nicht so tief weg. Max, den Ball leicht, Elbos enger, Elbos enger. Max! Gut! Noch 1,50er. Komm, Max! Gut! Komm, Max! Komm, Max! Max! Max will nicht sein. Deine Rehnscheule durch die Mitte. Jawohl! Das ist der zweite Teil, Max. Auf der ersten Seite! Jawohl! 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 Maxi-Hol! 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 Sehr schön! Danke sehr. Maxi-Hol! 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 Das zeigt uns auch ein Betreuer wieder aus. Ja, mit dem? Und zur Kettenroute Round 4. 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 und zur Kettenroute Round 5. und zur Kettenroute Round 4. 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 der Trennkampf 49 zu 48 für die Rote Hände. Punktrichter Nr. 3 wertet der Trennkampf 50 zu 48 für den neuen Weltmeister. Applaus